Wir treten ein für die Demokratie, wir treten überverteidig ein für die Demokratie und das Motto ist ein Unterdaumen für die Demokratie. Und diese Aktion finde ich toll, denn es integriert, die Demokratie kann dann am besten verteidigt werden, wenn alle Demokraten überverteidig zusammenstehen. Deshalb haben wir auch gesagt, jawohl, wir beteiligen uns an dieser Aktion, ein Unterdaumen für die Demokratie. Und deswegen habe ich auch einen guten Daumen abgegeben, das sieht sich nicht mehr, aber der war mal den Tag. Wir waren ja nicht dabei, aber wir haben halt andere Meinungen, andere Auffassungen, wie man sich für Demokratie engagiert. Ich muss dazu sagen, ich war vorher auch noch keiner der Demonstration. Die Marie liest jetzt, wenn Sie hören möchten, zum Videobach. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn man solche Sachen wie die, dann sind wir, glaube ich, erstens mit dabei. Ich denke mir an, wenn es darum geht, etwas zu helfen, bei so etwas, gern, kein Thema. Ich glaube, da sind wir auch alle bereit, sonst wären wir auch heute alle nicht hier. Aber da kannst du mich auch beim Wort nehmen. Und ich glaube, dann kriegt man auch mehr Leute zu sowas, wenn man nicht immer, das ist nicht immer, das muss auch jeder für sich selber entscheiden, ob man auf Demos geht oder nicht, oder wie man da sich verhält. Aber ich glaube, wenn man sowas macht moderat, irgendwie versucht, sich da auch irgendwie entgegenzustellen, dann, glaube ich, kriegt man den ein oder anderen. Ich finde, auch so wenig ist gar nicht nur für das, dass es moderat ist.